Freunde, ich hab da was für euch. Endlich ist es da, das finale Testgerät des LG V30. Leider hat uns LG sehr, sehr lange warten lassen. Ich hoffe nicht zu lange. Das V30 ist wirklich ein tolles Gerät, eines meiner Lieblingsgeräte dieses Jahres. Ich durfte jetzt schon einige Zeit damit verbringen. Wir haben auch schon einen Farbvergleich von Blau und Silber gemacht. Es gibt auch schon Tipps und Tricks und noch einiges anderes. Aber jetzt kommt endlich die finale Verpackung. Schauen wir mal, was drin ist. Wir starten mit einem Putztuch. Klar, bei einer Glasdruckseite, bei einem Glasdisplay, da möchte man natürlich die Fingerabdrücke möglichst gar nicht sehen. Das Smartphone, ich hab es in Blau bekommen. Und dann, weiter geht es. Das sieht schon mal nach Papierkram und SimEject-Tool aus. Machen wir das einfach mal so, ganz ungeduldig. Das hat jetzt leider wirklich sehr, sehr lange gedauert. Wenigstens ist es zum Weihnachtsgeschäft noch rechtzeitig gekommen. Wir haben eine, na komm, Garantiekarte. Außerdem mit dabei ein Quickstart-Guide in vielen Sprachen. Ein bisschen, na komm, ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch. Und ein SimEject-Tool. Natürlich, dass Sie die SIM-Karte rausholen können und auch wieder reinstecken. Okay, gucken wir mal, was noch in der Verpackung ist. Wir können schon lesen, B&O Play. Da sind also die Kopfhörer drin in einer eigenen Verpackung. Und ein Netzteil und ein Datenkabel. Gut, das hier ist jetzt Plastik. Liebe LG-Menschen, guckt mal, dass ihr das vielleicht in Papier hinkriegt. Die Umwelt würde das freuen. Ansonsten haben wir ein USB-Kabel, natürlich auf Type-C, so wie sich das auch gehört. Dann haben wir einen Charger mit dabei. Und hier oben steht es schon, natürlich mit Fast Charge. Was kommt denn hier an Suppe raus? 9 Volt, 1,8 Ampere, 5 Volt, 1,8 Ampere. Jo, damit dürfte das ordentlich schnell vonstatten gehen. Und dann kommen wir zu den Kopfhörern. B&O Play, das ist natürlich ein Name. Man kennt die Marke. Die sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs und sehr bekannt. Jetzt gibt es natürlich viele Hersteller, die sich große Kooperationen ranziehen und dann ein Headset nehmen. Da steht dann einfach nur B&O drauf. Ich werde auf jeden Fall testen, was das kann. Ob es was taugt und ob nicht. Was schon mal auffällt, wir haben hier so ein Nylon-Kabel. Da bin ich ein ziemlich großer Fan von. Das ist gut. Da steht es dann auch B&O. Und wir haben noch eine Fernbedienung inklusive Mikrofon. Auf der anderen Seite Tasten, Plus, Minus und Play, Pause. Okay. Die Tasten sind unterschiedlich hoch. Na, komm. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn bei vielen Headsets kann man nicht unterscheiden, wo ist der mittlere Knopf, wo sind die äußeren Knöpfe. Das taugt mir also auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mit dabei ist dann noch, ah, das sind die Aufsätze, um das an euren Gehörgang anzupassen. Okay. So viel dazu. Jetzt kommt sie ab. Die Folie. Von oben nach unten. Nein. Von rechts nach links. Na, komm. Wir machen das aber auch spannend hier. So. Hört zu und genießt. Klang das genussvoll. Ich glaube nicht. Aber sieht das genussvoll aus. Absolut. Ich habe schon oft gesagt, dass LG V30 gehört zu den meiner Meinung nach schönsten Phones dieses Jahres. Ich mag das Design richtig, richtig gerne. Gut. Da haben wir sie also. Die blaue Version. Wir haben den Verpackungsinhalt gesehen. Ab jetzt wird natürlich ordentlich getestet. Wie gesagt. Schaut euch mein Tipps und Tricks Video an. Schaut euch aber auch meinen Farbvergleich an. Denn die Entscheidung zwischen Silber und Blau, da wird man wirklich einige Zeit für brauchen. Glasrückseite, Dual Camera, Fingerprint Reader. Alles mit dabei, was man braucht. Gucken wir trotzdem noch ganz kurz rum. 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Wird viele freuen. Antennenstreifen, Mikrofon. Noch ein Antennenstreifen. Auf der rechten Seite sehen wir hier diesen kleinen Slot. Gucken wir mal rein. Nehmen irgendein Stimpleject Tool, was ich gerade da habe. Was passt sehr gut. Und ihr seht schon, was passt da rein. Eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Der Speicher kann also selbstverständlich auch weiterhin erweitert werden. Unten geht es weiter mit einem Lautsprecher, USB Type-C Anschluss, noch ein Antennenstreifen und ein Hauptmikrofon. Und auf der linken Seite, da bleibt dann natürlich noch die Leise-Taste und die Lauter-Taste und noch ein Antennenstreifen. Ach ja, es ist ganz, ganz fies. Ich habe jetzt schon einige Zeit ein Pre-Production-Modell hier. Ich glaube schon seit drei Monaten und habe jeden Tag rumgespielt. Aber so ein finales Gerät mit finaler Software, mit finaler Hardware, das ist nochmal was ganz anderes. Deswegen freue ich mich drauf. Denn auch die Pre-Production-Version, die hat schon wirklich Spaß gemacht. Falls ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, lasst mich das wissen. Lasst mich auch wissen, was ihr vom Video haltet. Und dann war es das von mir und dem Unboxing des LG V30. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.